Ludwig der Vierzehnte, genannt der Sonnenkönig, war von 1643 bis zu seinem Tod König von Frankreich und Navarra sowie Co. Fürst Andorras. Ludwig der Vierzehnte gilt als klassischer Vertreter des höfischen Absolutismus. Der Leitsatz des Absolutismus L. Eta C.M.U.I. wird ihm jedoch fälschlicherweise zugeschrieben. Er festigte die Macht der Krone durch den Ausbau der Verwaltung, die Bekämpfung der Opposition in Kreisen des Adels sowie durch die Förderung der französischen Wirtschaft. Die Hofkultur wurde ganz auf die Person des Herrschers zugeschnitten. Zum Symbol für dessen herausragende Stellung wurde sein prunkvolles Auftreten. Der König förderte Künste und Wissenschaften, was eine Blütezeit der französischen Kultur zur Folge hatte. Durch Ludwigs expansive und kriegerische Außenpolitik gewann Frankreich in Europa eine dominierende Stellung und etablierte seine Großmachtstellung. In der Neuzeit, mit 72 Jahren auf dem Thron war er einer der am längsten herrschenden Monarchen der Geschichte. Überblick Die Geburt Ludwigs XIV im Schloss Saint-Germain-en-Laye erschien vielen als glückliches Ereignis. Denn 23 Jahre lang war die Ehe seiner Eltern Ludwig XIII. und Anna von Österreich ohne Nachkommen geblieben. Durch seine Geburt wurde die befürchtete Thronfolge von Gaston Dorleons zurückgestellt. Aus Dankbarkeit erhielt der Neugeborene den Beinamen Diodonne. Sein Bruder Herzog Philipp I. Dorleons wurde 1640 geboren. Schon als Vierjähriger wurde Ludwig am 14. Mai 1643 als König entronisiert. Er lebte aber bis zu seinem 13. Lebensjahr unter der Regentschaft seiner Mutter Anna von Österreich. Die tatsächliche Macht wurde in dieser Zeit vom regierenden Minister Kardinal Mazarin ausgeübt. Mazarin bereitete Ludwig zielgerichtet auf seine Rolle als absolutistischer Herrscher vor. Schritt für Schritt wurde der junge König an der Macht beteiligt und teilte sich schließlich die Verantwortung mit Mazarin. Durch die außenpolitischen Erfolge der Minister Kardinäle Richelieu und Mazarin politisch gestärkt, entfaltete Ludwig das absolutistische Königtum hochbarocker Prägung in Frankreich mit einem Hofleben, das ganz auf die Person des Herrschers zugeschnitten war. Nach dem Westfälischen Frieden am Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 und dem Pyrenäen Frieden mit Spanien 1659 war Frankreich die politische und militärische Vormacht in Europa. Unterstützt von Ministern wie Colbert, Louvois, Lyonne und dem Kanzler Seguillet konzentrierte er den staatlichen Machtapparat und erweiterte die militärischen, institutionellen und materiellen Machtgrundlagen der französischen Monarchie. Negativ auf seine Herrschaft wirkten sich die Huguenottenverfolgung und der spanische Erbfolgekrieg aus. Letzterer führte durch die Härte der Kämpfe 1713 fast zu einem Staatsbankrott, der nur durch eine Finanzreform und massive Einsparungen abgewendet wurde. 1660 heiratete Ludwig Maria Theresia von Spanien. Nach deren Tod im Jahr 1683 heiratete er in morganatischer Ehe insgeheim die Marquise de Maintenon. Ludwig überlebte seinen Sohn Louis-le-Grand-Tuffet und seinen ältesten Enkel Louis de Bourgogne und starb am 1. September 1715. Erst sein Urenkel folgte ihm als Ludwig XV. auf den Thron. Der Leichnam Ludwigs XIV wurde durch den Chirurgen Pierre Dionys mittels Gerbsäure in Pulverform konserviert und in der von ihm geschaffenen Krypta der Bourbonen in der Kathedrale von St. Denis beigesetzt. Bei der Plünderung der Königsgräber von St. Denis im Jahre 1793 wurde sein sehr gut erhaltener Körper mit denen anderer Könige durch Revolutionäre profaniert und sogar kurzzeitig in eine Grube geworfen. Sein einbalsamiertes Herz wurde 1715 in der Jesuitenkirche in der R.U.E. Saint-Antoine in Paris bestattet um neben dem Herzen seines Vaters zu ruhen. In der Restaurationszeit wurde es wie alle Herzbestattungen der Angehörigen des Königshauses in die Kathedrale von St. Denis überführt, wo es sich bis heute in der wiederhergestellten Grablege der französischen Könige in der Krypta befindet. Untertitelung des ZDF, 2020